Nein! Doch! Der Jäger, der anfängt, der ist cooler. Ja, fang an. Okay. Ich bin sowieso cooler. So, das ganze Leben, Alter. Wie du meinst. Okay, äh... Nein, halt dein Maul jetzt. Fick, ich selbst fick. Ein netto erst willkommen zum 400 Top Special und ja, viele Leute, die ich nicht wissen, der Kanal heißt Sinn B.J. SX. Ich hab wohl hier, ich bin toll. Und so würd ich mir ein T-Shirtback vorstellen, dadurch ich es gemacht habe und schaffst natürlich auch relativ viel gemacht. Also dafür, von der SX ist ein erstes Mal war, sind die Blöcke einfach epic, die er gemacht hat. Na? Ja ja, natürlich, ich bin da groß. Ja, empfangen wir einfach mal an mit hier dem Raw Beef. Es ist immer so eklig aus, als wenn man es braten möchte, dass es guckt. Richtig schön gegrillt. Ähm, hier hab ich umbenannt. Desam, heißt Sperma. Scheiß drauf. Der Stick hat aber so Punkte in der Mitte. Finde ich, sieht besser aus. Ähm, hier Milch, ähm, klar. Wasser und Lava. Ja. Ja, toll, es gibt das Wasser gleich aus, kannst du mal wieder hinstellen. Hast du gesehen? Fast aus. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Und so, ähm, ja. Also mal das runtergefunden. Ich mach's mir nicht mehr und stelle mit dir. Ich bin hier ein Schwert. Ähm, ich geh mal Dings neu weg. Hoppla. Ich hab's mir so drum. So. Und so, und so. Oh, ich mach's mal die Kaktusch. können nicht so dumm egal ja das macht nicht abstehen welche sehr schwer ist und der droppt erst mal um das ist ja so schwer wie du es nicht ich liebe das wenn ich das ist richtig dick sind und zum getrachten werden zu bilden also eigentlich ist egal wie aus dem getrachten nicht zu kommen mit allem aber es ist die tools ich habe die relativ verändert jaja ich finde die schaufeln sehen so geil aus dass ich mir so gerne hg entklaften hier hier und hier ja mit ihr schocken es sind etwa oben manchmal irgendwas dran habe ich irgendwas angemalt ich finde sie ich finde sie einfach das cool aus so ist eine lösung habe ich selber gezeichnet auch zwei dreistiger hier genauso wie hier deutschen häusen stemmen durch der nicht als nur hier wie gesagt noch mal splash und zum trinken hier die trinkt man und die splash man also er weiß nicht immer hier sieht auch nicht so scheiß aus hier sind die schwerter der hauptteil Daniel du hast mir das alte pack geschickt sicher ja du hast das falsche hochgeladen oh man nice ja mach ich ja wir sind die schwerter hier ist das halt schwert es ist aber kein rüstung mehr hier ist es nicht so relativ breit halt und der griff also komm der ist sexy ist einfach hier finde ich ganz cool den stein schwert die ganz cool aus ich finde es geil das eisenschwert das goldschwert ist uns auch redet jetzt so dass die erschwert hier ist goldschwert teils auch geeditet das ist eine lüge ich weiß ich muss die ich muss die links da gehen ja da ich hier das nicht doch mal irgendwie sind wir auf gipfel.de jetzt direkt zu den partikeln und zwar hier gibt es mir oh mein gott ja dankeschön einfach so lila punkte ich finde es ganz cool und jetzt schauen wir mal also an der gui habe ich so gut wie gar nicht mehr außerdem wenn man in chart steht ja jetzt zum beispiel sharp start list steht hier sharp und statt so ein strich also diese römischen zahlen steht hier einfach eine 1 so finde ich leichter so und hier sind die kreppartikel also hellbläuer kühlchen finde ich mit meinem nach sieht auch ganz cool aus so hier ist die wolle also die finde ich echt geil also hier ist man das ganze ich finde es einfach gut das ist der quark der normalen quark block das ist der pillar das sind 64 sind die 64er blöcke das ist diese chiseled hätte ich ein bisschen besser machen könnte schon aber also kapal um das ist der schock das ist ein bisschen geendet wird es noch 16 16 das ist das ist das ist das Hier Bricks, habe ich von dem den Arm so edited. Ja hier stand ihm der Mützel. Scheiße ver... Hier sind die Pilze auf dem Mützel, finde ich auch was cool. Hier der Rote Sand, hat ihm auch 616 nur ein bisschen geedited. Hier ist der Kaktus, er ist noch 118, 128. Hier ist die Workbench. Sieht jetzt nicht allzu gut aus, aber... Die CDV ist... Neu gemacht haben wir. Das ist der Copperstone, Monsterstone. Hier halt ihm nochmal mit Mauern. Dann hier ist Obsidian. Das ist der Eisenglock, halt ihm so minimal... Trotzdem findet er 60, aber halt edited. Das ist der Mützel, Glowstone... Das ist ein... Beanstock. Äh... Das ist das Oakwood. Das kann man halt ihm schlechter machen. Das ist Birchwood. Das sind die Learen, ich finde die sind mir echt gelungen. Das sind die Blätter, das ist Birch. Wie ich weiß, ja. Und das Name ist Oak. Ja, das sehe ich auch noch. Jaja. Das ist das Diamonderz. Das ist Kohleerz. Das ist das Eisenerz. Das... Golderz. Das sind... Äh... Jungle... Also Junglewood Planks. Also Dschungelholz halt. Bearbeitet. Das ist... ähm... Das ist ne... Eichenholz. Das ist halt ihm wieder die Wolle. Das ist der Enchanter. Und... ja. So ist nun... Also... Die ist halt hier von außen nur ein bisschen edited. Hier an der Sch... äh... Schulterplatte. Also... Hier so ein bisschen... Also ich hab's einfach auch ein bisschen abgekürzt. So. Würde man halt ihm sehen. Jetzt hier... Resuspex. Ich jetzt. Resuspex. Default. Was ist man denn? Es ist länger. Ja. Gar nicht. Ja. Resuspex. Echt wieder das Schöne. So. Äh... Da. Möchten wir nicht mal Minecraft Realms spielen? Ja. Ja. Ähm... Senkt mal. Ähm... Ja. Es ist halt hier mit jeder aus dem Sohn. Hier ziehe ich mir jetzt Gold an. Ähm... Ähm... Ist halt hier auch abgekürzt einfach. Ähm... Und meine Hungerbahn. Ey. Ah ja. Ich hab noch ein Game of 1. Also es kommt erst. Aber damit dürfen wir erst mal fertig sein. So außer die Teppiche die so einfach... Ja. Also... Das ist einfach nur... Also muss ich auch wieder aufpassen, dass mir gerade keiner abgeht. Äh... Also dann. Slash Game Mode 0. Da steht übrigens nicht Game Mode... Äh... Da steht einfach Switch Game Mode. Es ist einfach leichter. Hier sind die Herzen. Äh... So... Pfff... Ähm... Äh... Wie heißen die Kirchenkreuze? Ähm... Die Hungerbar ist... Die Suppen. Äh... 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 Die XP-Bar ist Default. Äh... Die Hotbar ist ein bisschen edited. Das ist ne Lüge. Ja. Auf welchem... Auf welcher Hotbar man ist. Ähm... Dingsda. Dingsda. Ähm... Ist grau... Gräulich. Äh... Heller... Dunkleres Weiß. Keine Ahnung. Ähm... Hat uns... ein... Riesabastiger HGD-Tipp gegeben. Ja... Äh... Das ist das Inventar. Das war Biernippel-Typ. Ja... Stimmt. Ja... Wenn man jetzt hier... Auf Quit gehen will, steht dann Rage Quit. Hier Open to Lown. Also... Immer was seltenes aus. Das ist mit Lown möglich. Deswegen... Start... Start Cheating. So... Ähm... Ja... Das ist... Hier Achievements. Zum Beispiel steht einfach... Opened Inventory. Nicht Taken Inventory. Oder so. Hier steht Wood in Caps. Hier Crafting. Miner. Also... Weiter hab ich noch nicht getetet. Ähm... Ja... So... Was? Ich glaub ich geh baden, alter. Ähm... Ja... Ja... Und wenn ich jetzt... Noch sogar dann jetzt... Ich lefte... Und... Da steht... Hier steht die Minecraft Reams. Fuck this Shit. Äh... Wozu braucht man diesen Kack? Der ist echt so, alter. Wer hat schon mal Minecraft Reams gespielt? Ach komm. Ist echt was so. Wenn mir jemand ja in die Kommentare schreibt, ich glaub's ihm nicht. So... Und... Das war's dann halt eben auch... Ähm... Mit... Dem... Review. Und nochmal danke zu 400 Subs. Ja... Für 400 Subs. Tohle Tohle Tohle. Sehr sehr Tohle. Ja... Und Kohl. Kohl. Ja... Ja... Irgendwider Härte sind auch gefixt, also... Ja lass... Lass mal Dings da... Ja... Weiten sie dir an jedem Ende. Okay, machst du ja... Steinschwert. Ich mach einfach Dings da. Keine Musik. Da verkacke ich. Ja... Ja... Ich kann nicht schicken. Ich kann nicht schicken. Okay... Weiter... Ich kann nicht schicken. Okay... 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 So... Irgendwie das Fadenkreuz, wie man hier auch sieht, ist ganz cool gemacht für mich. Ja... Mit einem Steinschwert und Rüstung ist man tot. Also... Ja... Haben... Habt ihr hoffentlich jetzt auch gesehen. Und... Ähm... Ja... Das war's mit der... Review... Ich hab's euch gefallen und schaut euch dieses Chat. Das ist sexy. Ja... Also... Ähm... Ja... Tschüss... Ciao...